Hallihallo Hallöchen Willkommen hier auf meinem Kanal Ich begrüße euch hier, ich wollte am Sonntag schon Stumplegeist bringen, konnte ich aber nicht Es hat sich nicht geöffnet am Samstag, es hat als Anmeldung, Anmeldung, 10 Minuten gewartet, ging nix Okay, heute am Sonntag, bobe ich es nochmal für die Aufnahme am Montag Es geht, Stumplegeist, I love it Okay, Zeitpunkt der Aufnahme ist Sonntag, habe ich schon erwähnt Ja, 168 Abonnenten schlagen, danke, danke, danke an jeden, der die letzten Tage dazu kam Ihr seid die Besten, die Größten, die Schönsten, die Schlausten Auf jeden Fall, danke für eure Unterstützung, ich feiere es sehr Und alter, das ist mein YouTube-Jahr, ich habe mit 50 Abonnenten in dieses Jahr begonnen Gestartet, sorry Und jetzt 168, yes baby, kann nur noch besser werden Okay, also ich hätte ja nicht gedacht, dass ich dieses Jahr überhaupt die 100 schaffe oder die 150 Boah, schaffen wir bis Ende des Jahres die 200 Das wäre geil, so ein Scheiß Egal, wir haben ja noch ein paar Monate Okay, genug gelabert Und los geht's mit Stumplegeist Paint Splash Los geht's, ich bin mal heute einer der Piloten, der deutsche Pilot Weil, wie gibt's eigentlich? Deutschen? Engländer, glaube ich, ne? Ami? Drei, drei Piloten, ich glaube, ich habe zwei oder drei Piloten Zwei Piloten, zwei Zwei Und in vier Tagen gibt's den neuen Season Pass Also in drei Tagen Yo Gerade, ich habe nicht genug Diamanten über, dass ich keine kaufen muss Ich muss leider doch nochmal 8 Euro ausgeben Und dann kaufe ich wieder den ganzen Season Pass frei und gut ist Sehr dumm, ja Musst ihr nicht machen, es bringt euch nichts, es ist reine Optik Alter, gucken, wo der lang geht Das geht, alter Okay, jetzt müssen wir warten Jetzt kommt das hoch Dann verschwindet das als erstes Dann da, yo, wir sind 8, 9, 10 Sind wir 10er? Yes, baby So geht's Stumplegeist, die kostenlose Alternative zu Ja, was heißt jetzt kostenlos Jetzt ist natürlich auch endlich Vollgeist kostenlos Und wie ich es gesagt habe Ombadement Ja, wie gesagt, ich wusste, dass die Fendiziden was Geld verlangen Und ja, ich wusste jetzt nicht, dass sie alles auf Fortnite umstellen Das heißt, was man auch gewisse Skins mit Zusätzen kaufen kann Eigentlich kannst du jetzt im größte Teil nur noch kaufen Oh, wieder die Kicker dabei Danke, dass ihr mich gekickt habt Ja, jetzt kann man eigentlich den größten Teil kaufen Also die Kudos, die man damals kaufen musste Die sind eigentlich jetzt weg, umsonst Da kannst du ganz wenig verkaufen Kriegskopfweise noch, welche man jetzt diesen passt Und jetzt ist wirklich Bezahlwährung angesagt No, 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 no Was war das denn? Nein, uh, Bombis Bombis, 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 geht weg Qualifiziert, yes Lava, lava, rasch Ja, kurzer Rede, lange Sinn Jetzt ist ja Vollgas umsonst Aber man muss alles, was man optisch haben will, kaufen Was vorher umsonst war Jetzt machen sie ja theoretisch mehr Umsatz Ist eigentlich ganz geschickt eingefädelt Erinnert in dem Punkt wirklich mehr an Fortnite Und damit ist, damit geht es immer noch die günstigste Alternative Du zahlst einmal im Monat 8 Euro Hast du den Season Pass Und kannst dann den Komplett Season Pass Durch die Diamanten, die du kaufst Komplett freischalten Das ist natürlich auch richtig nice Aber ob wir jetzt hier weiterkommen, weiß ich nicht Aber egal Sieht gut aus Ich glaube, es scheiden auch gleich aus Äh, wo bin ich denn hier, Alter Uh, Fireball Okay, das geht auch nochmal, ne Steigt hier, glaube ich, auch nochmal Müssen wir kurz warten Ich muss einmal daran vorbei Ja, es steigt schon Sehr schön Nein 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 Ah Ich dachte, wir scheiden ja gleich aus, ne Jetzt scheiden wir aus Ah, Mann Wer hat denn gewonnen? Hat er es verdient? Ja, ich glaube schon Ah, okay Edwin 71 Herzlichen Glück und schon Und weiter geht's Kanonen Climb Yes, sehr schön Kanonen Climb, Kononen Climb, sehr schön Okay, wir bleiben immer noch der deutsche Pilot Kein Problem Und los geht's Eigentlich sind wir immer noch Opel 83 So muss das sein So gehört sich das Ah, Mist Ich dachte, er trifft mich gar nicht Aber okay Ist er ab Ich gehe voll die Kugel ab Immer voller mit der Boden Kugel auf Ich weiß manchmal wirklich nicht, weil ich rede Es tut mir auch so leid Wo dann ich sagen Ich kriege immer die Boden Kugel voll aufs Dach Alter Da habe ich gerade eine Tonschwankung dringend, glaube ich Faszinierend Wieso kann man denn da durch den Boden Nein, da war doch nicht Nee, ne War ich jetzt gerade so zielflexiert, dass ich nicht gesehen habe, dass es da runter geht Nein Nein Ah, nein Ein Splash Jetzt mal unscheiz Ich war gerade so zielflexiert, dass ich nicht gesehen habe, dass es da bergab geht Ich meine, auf einmal ein Abgrund kommt Das hat mir meinen kompletten Sieg versaut Alter Äh Das habe ich doch gar nicht berührt Das hat mir alles versaut Mann, bin ich an manchen Tagen einfach nur scheiße Warum nicht GG? So gut war es jetzt auch nicht Nein Ah Pilot, Pilot, Pilot Will fliegen Okay, wir schaffen es wieder nicht Ey, wenn es so weiter geht, fliegen wir gleich wieder raus Das gibt es doch nicht Ich komme einmal bis ins Finale und das war's ey Ich sollte weniger reden Ja, da könntet ihr recht haben Also Mehr aufs Game konzentrieren wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht Aber bis jetzt ist auch noch kein Ziel Okay, die geht runter Die bleibt, die bläht Wir lassen mal den Leuten das Ah, okay, okay Bis jetzt sind 5, 6 Wir sind 6, da 6 drin Ja, wir haben es doch auch geschafft Oh mein Gott, ich dachte, wir fliegen schon wieder raus Weil ich so ein Konzentriert Wie man kann grabben Kann man grabben in den Games? Das habe ich noch nie gemacht Und Kanon Climper Los geht's Kanon Climb Climb, 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 Climb Jetzt eben hatte ich so eine lange Ladezeit Ich hätte gedacht, dass das Game aus Abbricht oder raus Mei Der Plotenskin ist nicht so gut, wie ich denke Meine Figur denkt, als die muss fliegen Alter, wir scheiden aus, wenn ich als hier am Anfang hängen bleibe Es gibt's noch nicht Minimal ange... Ah, Bohlingkugel Oh Mann, das ist doch die Karte, die ich schon abgekackt habe Ja, sehr schön Dann nochmal Wäre ja sonst ein bisschen langweilig, wenn nicht Oh mein Gott, bei so vielen, die vor uns sind Das schaffen wir es nicht Darf mich jetzt von nichts mehr treffen lassen Na, wir sind raus Scheiße Wir sehen uns sofort wieder Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, nein Oh Schwein Eis Heiz Eis Höhen Ich hab keine Ahnung Ich denk mal Okay, los geht's Ja, wir haben's eben nicht geschafft Sehr schöne Sache Nein, 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 nein Pilot, lass es Du willst nicht fliegen Nein Also ich nehm keinen Piloten-Skin mehr Die wollen wirklich alle fliegen Und dann nütze jede Gelegenheit Um Befliegen Oh, ich dachte schon Was, sah sehr knapp aus Ja, 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 komm schon Und glitschen Meine Rutschen, sorry Oh, erster, 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 erster 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 Bin ich auch selten erst am Ziel Das ist schon mal eine geile Sache Finde ich gut Und noch sechs Stück Sechs Stück müssen noch nachkommen Ja, komm schon 4, 4, 3, 2, 1, 0 Oh, yes, ne Karte Ich hasse Ich glaube, wir fliegen gleich wieder raus Macht nix Dafür ist die Karte ja da Ehrlich? Nö Weil Wippen ist eigentlich überall scheiße Bei Ballgeist Wie bei Stumplegeist Und wie bei Ballgeist Richtig Okay, was soll ich sagen Ich bin gerade hochkonzentriert Weil die Dinger hier mag ich gar nicht Weil die fangen nämlich jetzt an Bis ich wieder zu bewegen Okay, warten wir Bis sich bewegt Dumme Idee Sehr schön Hammer Ja Oh mein Gott Es kommen nur acht weiter Und ich bin so weit hinten Und so viele sind vor mir Nicht gut Nein Ich wollte doch gar nicht so Ich wollte sagen Jetzt können wir nur versuchen Zu hoffen, dass andere scheiße bauen Aber Ah, mir ist das Was so schön mit euch Wir sehen die nächste Runde wieder Wohl Nein Wir schaffen es doch Juhu Wir haben es als fünfter qualifiziert Nur weil die Leute Oh Ich Oh Geil Und scheiß Honig Honey Drop Honigwaben Oder Drop Stop Drop steht Fall Glaube ich Okay Kein Problem Waben Allermal Aber mal Lacher Kein Problem Ist ja voll Oh scheiße Du Sau Alter Das ist Voll meins Okay Das ist das Wirklich geliebte Oder auch leicht gehasste Fien No 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 Okay Okay Ich muss ein bisschen langsamer Ich muss ruhiger machen Hier laufen wieder ganz viele So schnell durch Danke Weil umso mehr runtergehen Umso mehr Zeit haben wir Natürlich können sie auch unter uns Was abbauen Was wir nicht sehen Aber du hast eigentlich Bei dem Spiel hier Wirklich Wirklich viel Zeit Darfst du bloß nicht Auf die Klebeplatte kommen Alter die Schweine Müssen von der Mitte fernhalten Von meiner Platte Aber danke Nein 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 Das war knapp Oh mein Gott Okay wir gucken den noch mal ein bisschen zu Aber das war jetzt sehr ärgerlich Was soll man machen Scheiße Jetzt so ein Scheiß Ich hab gedacht ich komm weiter Aber nein Da hab ich einen Sprung zu weit gemacht Bin zu weit geflogen Und dann raus Runde vorbei Oh Er hat gewonnen Ja Gratuliere Jetzt aber endlich Meine Güte Ich musste jetzt noch In der Zwangsrunde spielen Habt ihr natürlich nicht gesehen Okay das war's mit dem Video Wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben Da schreibt Wenn ihr bis hierhin geguckt habt Einfach mal Stumplegeist Oder Stumple in die Kommentare Ich wünsche euch hiermit einen schönen Tag Einen guten Morgen Einen noch besseren Abend Denn ich bin hiermit raus Einen Peace Bis zum nächsten Mal